Ich probiere die ekligste Frucht Asiens für euch. Die Durian riecht so krass intensiv eklig, dass man sie nicht mal im Auto essen darf. Und deswegen testen wir jetzt, ob sie auch so eklig schmeckt, wie sie riecht. Wir haben am Straßenrand angehalten, da gibt es ganz viele Stände. Sieht schon sehr interessant aus, aber der Geruch war direkt sehr intensiv eklig. Aber den Geschmack fand ich dann tatsächlich überraschend gar nicht so schlecht. Erinnert mich ein bisschen an Banane, aber es wird safe nicht mein Lieblingsobst.